BR 2018 Das da, wie gewünscht. Und das habe ich bekommen. Das wurde nicht vergessen? Mhm. Mhm. Alle Geschenke von der Liste. Hm? Was ist denn das? Das habe ich mir gar nicht gewünscht. Alles Gute. Er hat daran gedacht. Er hat meinen Geburtstag nicht vergessen. Oh. Hey. Seht mal. Was für ein wundervolles Geschenk. Ist sie nicht absolut super toll? Pass auf. Sie kann das machen. Und jetzt haltet euch fest. Schönen guten Tag. Ich bin Mashuko. Freut mich sehr, euch kennenzulernen. Und das ist das Wunderbarste. Alle tanzen. Und im Tanzschritt gehen wir jetzt den Bären besuchen. Bärchen. Hey. Guck mal. Ich habe ein Wundergeschenk gekriegt. Warum ist denn alles so nass hier? Aber wie ist denn das passiert, Bär? Ja. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Das ist Mashuko. Mit der kann man ganz toll spielen. Nein, nein, nein. Das ist mir zu gefährlich. Wir kommen zurück, wenn du hier aufgeräumt hast. Du müsstest auch einen Roboter haben. Der kann dir helfen und du hast viel Spaß. Der kann dir helfen. Der kann dir helfen und wir versuchen, dass eine Unterschiede. Woh on gleiche. Eineозмarkende Kugel Yazza. Das ist ein Rastaukonto. Das ist ein Rastaukonto und sehr schönes Gerät. Ich trage mich an die Beine. Dann geh ich wieder aufgeräumt. Lässt sie nicht immer wieder, Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sehr angenehm, Roboter. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Sehr angenehm, Roboter. Sehr angenehm, Roboter. Habt ihr euch kennengelernt? Na dann... Alle tanzen! Was hab ich gesagt? Wer einen Roboter hat, hat immer Spaß und langweilt sich nie. Heute Fußball. Wir berichten live aus der größten Fußballarena unseres Landes. Gleich wird das entscheidende Spiel der Saison angepiffen und nach 90 Minuten steht der diesjährige Meister fest. Beide Mannschaften sind schon auf dem Platz. Die Seiten... Und das Spiel läuft. Wir sind gespannt. Es geht zu allen. Ballbesitzung gewinnt die ersten Zweikämpfe. Was für eine tolle Flanke. Unsere Jungs nähern sich jetzt dem gegnerischen Tor. Und Schuss! Aber der Ballprall vom Fuß eines Abwehrspielers direkt in die Hände des Torwarts. Es geht weiter. Guten Tag, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsjournal. Heute beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Methoden, Stress abzubauen. Was ist Stress? Wir beginnen mit ein paar ganz einfachen Entspannungstechniken, die bereits innerhalb von 10 Minuten eine wohltuende Wirkung zeigen. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel oder legen Sie sich auf Ihr Sofa. Schlagen Sie nicht die Beine übereinander und atmen Sie ganz ruhig. Oder Sie gönnen sich eine Tasse herrlichen Kräutertee. Während Sie ihn genießen, lassen Sie alle belastenden Gedanken wie Wolken vorüberziehen. Sie können sich auch ein warmes Bad bereiten. Und während Sie darin liegen, machen Sie folgende Atemübung. Atmen Sie bei geschlossenem Mund tief durch die Nase ein, tauchen Sie dann die untere Gesichtshälfte ins Wasser und atmen Sie langsam durch die Nase wieder aus. All diese einfachen Techniken sind kein Fallheilmittel. Sie lösen nicht Ihre Problemschulden. Ist mir egal. Aber Sie helfen Ihnen schnell zur Ruhe zu kommen. Je entspannter Sie sind, desto leichter wird es Ihnen fallen, Lösungsmöglichkeiten für Ihre Probleme und Sorgen zu finden. Gib her, gib her, gib her. Ui. In den Wald soll ich gehen? Und der böse Wolf? Und der böse Wolf? Oh ja, oh ja, da muss uns der Bär sehen. Wir können Ihnen sofort helfen. Ja. Bitte. Mhm. Hm. Oh wow! Da! Wir sind zurück zur zweiten Halbzeit. Die gegnerische Mannschaft ist mitten von den Spielern auf der Felder, einer nach einem Faul am Ende der ersten Halbzeit rot gesehen hat. Keine Auswechslung in den beiden Teams. Es kann losgehen. Keine Panik. Ich rufe den Bären an. Der erklärt das. Nur noch eine Minute, dann ist auch die Nachspielzeit rum. Ich versuch's nochmal. Ein harter Distanzschuss hast du, aber leider, leider geht er knapp vorbei. Dann muss ich es nochmal versuchen. Er hebelt die gegnerische Verteidigung aus. Ich bin sicher, der Bär wird gleich ans Telefon gehen. Superflanke! Der Ball fliegt aufs Tor zu! Jetzt müssen wir... ...wegrennen! Träftige Latte! Da ist uns unten drauf! Nach zum nächsten Mal. Brennern! excuses Untertitelung Ditter Gesaaler Da bist du ja endlich! So, 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 so. Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Hm, dann beginnen wir mal mit der Suche. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage Masha und der Bär ist dran. Das war einfach und jetzt probiert ihr es. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage Masha und der Bär ist dran.